Spiel ab, Folge 8 jetzt hier. Wir bauen heute die Glasfüge. Ja. Ja, ich würd sagen, let's go, oder? Ja, ich brauche die Glasfüge. Ja, ich brauche die Glasfüge. Falls es okay für den Schiff so ist. Ja. Aber ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen zurück. Ja, ich brauche den Schiff. Okay. Ja. Doch, ich glaube, ich werde schon zurückfinden. Ich brauche mich ganz gut auf, ne? Ja. Guck mal, wie es hier einfach aussieht, ja. Wenn mir alles so ein Gefühl zerstört. Ja. 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 Siehst du es hier? Ja. 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 ein normales Haus weiß ich meine so ist unser nächstes großes Projekt die Glaskuppel soll ich dir helfen oder kommt da rein ja aus dem Dunkel glaub ich ich komme zurück h und hat einfach unsere andere Glaskuppel zu stellen und bei dem Waffen das war die große Richtlinie Wasser und diesmal wird auch immer größer geworden Was ist das? Ach ne, doch nicht. Kann doch so aus, weißt du, als wenn die größer geworden sind. Sei grad so ein bisschen so aus, weißt du? Da ist ja ein Block. Ich kann mal kurz den Slime-Block hier reinmachen. Ich hab grad auch noch so einen Schrott gemacht. Warte mal. Slime-Block und hoch hier. Ich komm jetzt auch. Ich muss mich trinken erst mal. Ey, aber irgendwie hab ich grad voll Bock. Nummer dessus. 2. Nummer. dann stich. 9h. Nummer. 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 kann ja nicht hinschampfen zu meinem Haus da kann man eigentlich aber ich würde sagen die Bäume die auf der Insel sind die lassen mir weil ich finde das sieht eigentlich ganz cool aus mit den Bäumen hier auf der Insel wir müssten vielleicht sogar noch ein paar Pflanzen oder ein paar Bäume ach die wollte doch noch eine Farm machen, eine neue das kann man dann auch machen muss ich sagen was möchtest du machen? ich mach kurz was Verbrennung 2, ey Verbrennung ist gut es geht ja es geht geil oder? sieh was ich gemacht ne? vorher ja das Reiche kam oben warte wie viel braucht man für Hartbrüder? 5 wie viel hast du? 0 warte mal ich hab glaub ich noch ein bisschen ich hab noch in meinem Inventar Erfahrungslevel ja kann ich dir die geben? warte ich komm zu dir ich bin hier hinten aufhör hm ich farm grad noch ein bisschen Holz ja nur da war schon krass ne? ja verbrech ja da musst du einfach nicht mehr die da musst du einfach nicht mehr das Fleisch kochen wenn du das Fleisch kochen hast ein Glück ist auch ultra gut für dich ja ich denke ich bin noch irgendwo ich hab noch Glück 3 ich hab noch Glück 3 ich weiß nicht mehr wo ich das hin ach hier ne hab ich ja Glück 3 ich hab jetzt mein Ding mein Zeug raus geholt was ich hier geholt was ich gefunden habe das ist gut wie viel ab brauchst du wie viel Abfahrung zu nehmen wenn du 5 bist sag mir ok weil du brauchst ja nur 5 können wir uns eigentlich beide da mitmachen? ja stimmt wir haben einfach alle mal auf uns färf mal unter uns färf mal unter uns färf mal 1 mal gucken ob wir dann beide kriegen ja wir kriegen beide fern reicht es für 5 ach ach es reicht nicht für 5 ach ach es reicht nicht für 5 naja ich geh mal ins Textorien mal gucken ob das ich da habe ja wir gucken ob die Kisten nicht fertig wurden weil da in der einen Kiste oben bei den Büchern rings waren glaube ich noch welche drinnen mhm richtig sagen 2 Level Fähne ja ja ich denke noch mal noch bauen der ersten aber wir brauchen was wir auch unbedingt brauchen was wir noch brauchen also die Mop-Farm müssen wir doch noch bauen Leute, kein Artikel in der letzten Folge, also in irgendeiner Folge jetzt, der irgendwann der kann die 20. Folge machen, werden wir den Wurs auch mal besiegen ja, das hatte ich letztes Mal rausgenommen dann habe ich ihn noch braucht man noch für einen Ambus, wenn man es verzaubern will, ja? ja haben wir den drinnen? ja, wir haben ja einen zuhause ich brauche auch noch einen Ambus zeig mal den, den der der nicht abbaut warte mal Kohle muss man noch abbauen, dann kriegt man noch Level naja, Eike, hier oben bei dem Duden ist doch, ähm hier oben bei den Büchern, da war noch ganz viele Erfahrungsflächen immer drin an der Kiste muss man die Bücher, warte mal komm mit, muss man die Bücher ne, warte mal, warte mal da drüben ist der hier ist er, guck mal ah scheiße, ich hab die Kiste abgebaut fuck, ich hab die Kiste ab, weil ich, ich hab die gebraucht, weißt du ich stahl hier, wollen wir die abbauen, die stahl hier und für uns noch irgendwas nehmen Rakete und ich noch und ich noch ja, das ja, das ja, das ey, dieser Strahl sieht ja krass aus mhm ey, ähm ey, ähm, wir bleiben wollen wir die abholen? weil wir haben so ein Ding zuhause das war hab ich uns mal mitgebracht ey, oder wollen wir, ey, oder wollen wir uns diesen Strahl in unser Ding reinbauen? ja, ich hab so ein Strahler-Ding noch, aber wir brauchen da drunter noch irgendwas na, das strahlt ja, jetzt müssen wir einfach alles abbauen, was da unten ist ne oh, fuck wollen wir uns abbauen? ey, nimm noch was mit, die Farblöcke ich würde die mitnehmen wo du die Kiste wieder resetet ne hast du dieses Strahler-Ding angemacht bei dir? ne da drunter müssen wir die Kiste machen geht das jetzt weg, wenn ich den abbauen würde? nein geht das nicht weg? ne 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 ja, aber du ich weiß, zwei Gesteinspekte brauchen ne ne die Kiste hier ist Kohle, Alka hier oben ich hab keinen Pegel kann der ja meine geben warte, ich geh mal an Anfang wo war der Anfang? da vorne das willst'n wir da machen am Anfang vielleicht willst du deinen PX oder so hier ist noch ein XP Flaschen brauchst du das? ja ich warte, ich komm ab ich komm nicht ab ich muss den mal hier nix da kundig so koked nicht ja was mit 3 wir schaffen es gibt es doch los wir machen hier weil ich das war ja Warte mal, warte mal, das finde ich nicht los. Durch Traden? Ja durch Traden. Guck mal in die Truhe rein, weil Karte hat es wieder neu und ich kette. Hier! Ja! Yes! Danke! Warte, ist hier direkt ein Amboss? Ich glaube, nur da war einer, ne? Da kann ich ja meins auch nicht machen, hier. Ja, hier ist einer. Weil ich bin Erfahrungslevel 13, weißt du, ich könnte... Yes! Ich hoffe, dass keiner hat, oder? Ich brauche eine Diaspitzeck, warte mal. Ich brauche eine Eisenpicke, was ist das? Ich brauche eine Eisenpicke. Ich hau dann wieder auf, ne? Ja, ich will noch ganz ruf was machen. Hast du noch Dias in deinem Tag? Nö. Hab ich alle in die Küste gelesen? Na, ich wollte mir noch eine Diaspitze machen. Hast du mir mal welche denn Dingsen? Ja, ich würde welche. Bringst du die her auf Ehre? Ja. Ich brauche mal. Ich wollte die mit Glück verzaubern. Alter, wie viel Eisen da drin ist, ey. Das brauche ich. Ey, das Eisen brauche ich. Ey, das Eisen brauche ich. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey。 Ey, ey ey, ey, ey ey, 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 ey ey ey, ey. Prozent 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 ich muss mal ganz kurz was ich will ganz kurz nur gucken ob ich das finde scheiß ich wollen wir jetzt fennen gehen aber ich gehe einfach bei den mädchen ich denke macht das dann und er kann ich kann an kommt man hier nochmal zum anfang Hier ist noch mal jeder Achtung. Darf die Diamond picken? Wie komm ich denn hier noch mal hin, Eike? Boah, ich bin schon vorbeigelassen. Hier, ne? Ja? Ja. Warte, ne, leger, das hekt euch. Ist doch hier, oder? Ja. Komm, jetzt schaffe ich es. Ja. Ach, ich komm jetzt wieder zurück. Ne Ambos haben wir ja zu Hause noch haben. Haarblöcke sind immer eigentlich ganz gut, weißt du? Eike? Weißt du, wie man's Glowstone-Blöcke herstellt? Ich kann mal nicht hinfüttern, mit Trisch, glaub ich. Oh ja, ich brauch das. Ich brauche den Kohl. Ich brauche den Kohl. Wasser. Rauchstrainern. Kohl. Ich brauche den Kohl. Ich brauche den Kohl. Ich brauche den Kohl. Was ist hier drin? Ja, die brauchen wir. Welche Spanner soll ich mitnehmen? Grün und Rot. Ey, der verkauft Blöden. Jau, verkauft es. Nein, das müssen wir uns kaufen. Ich brauche den Kohl für bessere Spiele, oder? Ey, Aiko, wollen wir nicht da gleich die Trade Station machen? Weil die doch da sind. Warte. Was brauchen wir? Haben wir hier noch irgendwas? Was brauchst du? Emorates und Buch. Bücher. Bücher. Bücher und Bücher und 27 Emirates. Hab ich nicht. Hab ich hier noch? Neue nur. Im Tutorial sind doch Emirates. Für Emirates Blöcke. Was brauchst du, oder? Ich bin nur zum Reisen. Was können wir da damals auch noch machen, ne? Bücher hab ich grad da reingemacht, wo die Farben waren. Oben. Na da, wo die Farblöcke drin waren. Alke. Hä, Farblöcke? Na die hier. Siehst du so? Die Farblöcke. Man, diese zwei großen. Da waren Farblöcke drin, ne? Mhm. Und da hab ich die Bücher reingemacht. Reinsortiert. Das ist so toll. Schau mal den. Als ob die hier schön sind. Ich mach hier die Trade Station. Ja, wollen wir? Ja, aber kann ich... Ich hab jetzt noch so viele geile... Ey, ich wollte uns eigentlich eine eigene Minecraft Flagge machen. Wie sehen die aus, yo? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja? Dann können wir ja. Ja? Wenn hier grad so viele Villager sind, dann können wir ja... Nee, geh. Fischerhaus können wir immer noch mal woanders bauen, ne? Dann ist es ja eben nicht Villagerfischerhaus. Ich mach jetzt hier so Füß da rein. Sieht gut aus? Ja. Das ist gut aus. Das muss doch barbarmäßig aus, wenn du mal guckst. Das muss doch barbarmäßig aus, wenn du mal guckst. Ja. Ja. Das müssen wir ja so lassen. Dann... 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 ... Schaut auf, ich muss gleich dauernd. Ich kann ja trotzdem noch mit dem Traden, weißt du nicht, Meider? Ich weiß aber wo die Emel sind. Die Emel sind da drin, oder? Du brauchst da nur die Pickaxe. Wie kann man denn Wollblöcker am schnellsten abmauen? Du brauchst da keine Filmmen. Guck mal, die Filmmen schillen doch auch schon so hier. Das war der nicht, Eike. Der verteidigt uns Pfeile. Hier ist aber noch einer. Guck mal, wir könnten auch Kohle einfach fahren. Was locken denn die anderen? Waffen-Schmied, guck mal! Ich weiß... Für sieben Sonnen. Der ist Farmer. Der Fischer ist der. Der ist Bibliotheker. Hier ist er noch, hier ist er noch der Fallmacher. Das war der eine Obdachlose, die nicht geklärt hat, der keinen Job hat. Ichhhh... Der hat mich runtergeschluckt denn, Villager. So, jetzt komm hier rein, Villager! nicht da rein hallo ich muss jetzt einmal schlagen weil ich möchte den hier egal jetzt bleibt auch wieder und Eike so wollte ich es nicht und hier ist ein Wappenschmied drin kommt das bisschen schöner aussieht aber wir brauchen jetzt noch die Arbeitstische die wir brauchen muss sagen wie du es findest wie ich es jetzt gemacht habe so so um im Buchmacher den mache ich auch noch hier rein nicht sagen die Buchmacher mache ich ja auch noch ein den wir zum Tragen brauchen aus mit Nacht ja ist gut schon kein Kniebacher kommt aber auch ja guck mal, hier mach ich jetzt den Bucher machen komm mal im Bild hallo komm doch jetzt hin guck mal, wenn ich jetzt erstmal schlafen komm mit komm mit hin komm 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 doch jetzt, warum kommt der hier nicht hoch? ja, es kann doch nicht wahr sein, dass der hier nicht loskommt komm 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 Kuh Hallo Herr Kollege der E3 der E3 im Sohn ja ich krieg schon 3 aber der Schubs Du bist jetzt hier rein. Ich hab'n weh, wie ich ihn locken kann. Guck mal. Du Lützer. Ich mach' jetzt hier dein Bett rein. Das kann ich nicht locken, ne? Komm rein hier, ne? Doch, ist ein Bett. Du musst einen locken Feuerballen. Ich mach' jetzt eben. Ich mach' jetzt, Digga. Dieser dumme Voyager, alter. Wo sind wir hingegangen? Guck mal. Geh, soll. Du sollst das machen. Sollst mit mir nicht dumm spielen. Du sollst. Digga. 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 Dich hau. Wie geht's auf dein Bett. Ah, hier. Dich hau. Oh, naja. Ah hier. Ja, hier sollst du rein. Guck. Beideil, aber du sollst. ich hab's geschafft ich hab jetzt hier die Wälder sind hier drin du brauchst du keine Sorgen doch voll geil jetzt kommen wir hier unsere kleine Streit hier sind alle drin jetzt brauchen wir noch die schwierigste Aufgabe die Arbeit zu tun ich glaube die brauchen so ein Duden noch eigentlich brauchen wir doch gar keine Arbeitspläne doch verlieren die ihren Job ja dann lassen wir mal, ok? komm auf der anderen Seite die nächsten ran mit denen wir trainen wollen auf Alter Eike, es was was? Nichts, ne? doch, Radieschen Radieschen? mal da Spinnenaugen fuck, oder? scheiße, oder? ja, das ist gut oder schlecht schluss überlebt das schon mal ja auch die anderen hier rein machen und so ein paar mal gehen die und den Fall machen wir brauchen nur noch ein Buch wir werden uns aber nicht mehr wir haben jetzt keine Strecke die Tränen können ich komme mal zu dir und gib dir Essen ja alles gut ich bin und dann gibst du mir Essen ich hab so gut hingekriegt mit der station und ich helft dir ich habe ich weiß auch noch wo wir die bücher hast du ein buch ich weiß wo ich welche reingemacht habe ich gebe dir jetzt essen ok dann kannst du dich hier in den ersten hier ich bin im wasser ich bin unten hier alles gut ich habe jetzt 36 es reicht wenn ich noch mehr brauchst du hast und ich hab echt einen dortfahrt gefahren für uns so kommen wir zurück ich weiß nicht welche ich bin jetzt gerade hier ich bin jetzt gerade hier ich bin jetzt gerade hier ich bin jetzt so weit ich habe so Bock für dich immer noch oder ich habe es bei ihm und hat trotzdem überlegen und wir müssen erst mal hier auch schon heute müssen das Bücher hier ist es auch noch ja es ist okay so auch aber mit ich wollte die müssen da die Bücher sind hier ja meine Schacht da haben wir auch noch Leichtheit vielleicht reicht es ja ich habe ja kurbelst du diesmal kommst du klar Prozent wenn ich mit dem Spenden ich habe ich reichert ich habe Ich hab noch einen neuen NLX für uns zu Hause. Ich muss machen schon. 27 bis 27. 54. Ne, das reicht glaub ich nicht. Zombie! Was will der denn hier? Wo? Ist das so groß? Ja, ich bin schon im Haus drin. Lass erstmal schlafen. Morgen geht alles weiter. Oh.